Mein Name ist Detlef Dietzburg. Ich unterrichte Bildende Kunst hier an den Zinsendorfschulen in Königsfeld. Die Gänzheitlichkeit im Sinne von Kopf, Hand und Herz wird hier groß geschrieben. Die musischen Fächer spielen dabei eine wichtige Rolle. Ausdruck dafür ist unter anderem das Profilfach Bildende Kunst und Design in der Mittelstufe. In der Oberstufe können die Schülerinnen und Schüler Bildende Kunst als Hauptfach weiterführen und somit auch ihr praktisches Können unmittelbar in die Abiturprüfung einbringen. Einzigartig hier in der Region sind unter anderem unsere Ateliers, die alles bieten, was das Künstlerherz begehrt. Ein Ambiente, welches die Kreativität steigert und nahezu jedem Besucher den Wunsch entlockt, nochmals Schüler sein zu wollen. Hier entstehen Bildwerke im weitesten Sinne. Vom Aquarell bis zur Eitempera und Ölmalerei, Plastiken aus Ton oder Wachs, Architekturmodelle und Objektskulpturen. Auch die Bereiche Grafik, Design, Fotografie und Film werden selbsttätig erarbeitet und nicht zuletzt entstehen ganze Bühnenbilder. Die Werke der großen Meister, die Kunstgeschichte, dienen als Inspirationsquelle. Der Bereich Design, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, weist in die Zukunft und ermöglicht uns auch diese aktiv mitzugestalten. Mit unseren klassen- und jahrgangsübergreifenden Projekten überraschen und überzeugen wir die Öffentlichkeit immer wieder von Neuem. So gestalteten wir beispielsweise einen Linienbus oder die Geschäfts- und Verkaufsräume namhafter Firmen. Wir inszenierten eine prickelnde Modenschau im Rahmen eines Abiballs. Wir schufen Bühnenbilder für Schauspielaufführungen, Performances und Musicals. Wir realisierten ein groß angelegtes Spendenprojekt für die Müllmenschen in Kairo, wobei über 200 von Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen geschaffene, bunt bemalte Holzfiguren verkauft und versteigert wurden. Natürlich präsentieren wir die Werke der Schülerinnen und Schüler immer wieder auch in Ausstellungen. Vor allem durch diese Projekte fördern wir das Zwischenmenschliche, die Teamfähigkeit, die gegenseitige Akzeptanz und damit die eigene Flexibilität und Kreativität, allesamt Eigenschaften, die in jedem Beruf, aber auch im privaten Leben hilfreich sind.